Die Bianca schreibt hier, mich macht glücklich, wenn ich Amandas Lieblingswort höre. Darf ich sagen? Darf ich sagen? Darf ich sagen? Wir haben eigentlich gesagt, du sagst es heute nicht. Aber wenn es die Bianca glücklich macht, dann lass es einmal raus, okay? Okay. Bitte sich! Weißen die alle Bianca? Nein, aber es kennen ja mehr. Und die, wo es kennen, die haben sich jetzt gefreut. Die, wo es nicht kennen, die denken sich gerade... Soll ich's erklären? Wenn der Cola-Fisch mit dem Fanta-Fisch, dann steht sie weg! Nein, das ist das Falsche. Nicht. Es ist falsch erklärt. Falsch! Ja, die richtige Erklärung wäre, es ist ein Wort im Duden, ja? Spezifisch. Eine spezifische Tatsache. Spikifik! Aw. Applaus Ja, wie geht die Pl facultyw do, wo es nicht so ist.